Hallo, heute Abend möchte ich mal wieder ein Video machen über die Ereignisse, die ja immer weiter eskalieren im Ukraine-Krieg mit der NATO. Wir leben wirklich in gefährlichen Zeiten. Ich glaube, dass die Gnade Gottes größer wird, je mehr das Böse und das Schlechte in der Welt zunimmt. Aber dennoch müssen wir uns auch fragen, in was für Zeiten befinden wir uns und wo soll das Ganze hinführen? Gebt doch ein Like für dieses Video, abonniere meinen YouTube-Kanal, auch für immer wieder gesellschaftsrelevante Videos aus christlicher, biblischer Sicht. Am 24. Februar letzten Jahres begann der Ukraine-Krieg. Zeitungen haben betitelt, das ist das Szenario von Putins Beginn des Dritten Weltkrieges. Ja, und jetzt sehen wir, dass wir bald ein Jahr lang diesen Krieg in der Ukraine haben, nämlich in etwa einem Monat. Und als ich sah, dass der Krieg ausbrach, da habe ich sofort in meinem Geist gesehen, dass es nur einen Ausweg geben kann, der sinnvoll ist und auch biblisch ist. Und das ist Friedensverhandlungen, weil man gegen eine Atommacht nicht einen Krieg gewinnen kann. Und das war mir sofort an dem Tag klar und ich habe an dem Tag auch einen Tag später noch Videos darüber gedreht, wurde sehr deswegen dann auch angegriffen, dass ich gesagt habe, was Jesus in Lukas Kapitel 14, ihr könnt das nachlesen, Lukas 14, 31 sagt. Nun ist Russland die wesentlich stärkere Macht als die Ukraine, ist die größte Atommacht der Welt. Ja, und das, was wir hier heute sehen, sind absolut absurde Ziele der USA, der NATO, auch Deutschlands, nämlich zu sagen, dass der Krieg erst dann beendet sein kann, wenn Russland völlig aus der Ukraine rausgeworfen wurde, inklusive der Krim. Ja, und man muss sich wirklich vor Augen führen, was die Geschichte ist. Selenskyj war ja in den USA vor kurzem halt vor dem Kongress eine flammende Rede im wahrsten Sinne des Wortes gehalten, für mehr Waffen, für mehr Finanzen und Kapital. Und Joe Biden und die US-Regierung haben unbegrenzte Unterstützung und Mittel zugesagt. Also mehr Waffen für Frieden, das ist das Absurde, mehr Waffen zu liefern bis zum Sieg gegen Russland. Führende Generäle haben dazu gesagt, es gibt null Chancen, dass es zu schaffen ist, Russland komplett aus der Ukraine rauszuwerfen. Russland hat zehntausende Panzer, hat viele, viele tausende Jets und wie gesagt, dutzende Millionen potenzielle Soldaten und Atomwaffen. Ja, und Russland droht immer härter durch den Kreml, dass es bereit ist, eben auch zu einem Atomschlag, wenn es an die Wand gedrückt wird. Ja, ich werde dazu gleich nachher noch was sagen, wie John F. Kennedy davor gewarnt hat und dass die Gefahr wirklich auch, was immer mehr Leute sagen, eines dritten Weltkrieges zunimmt. Gott bewahre das. Aber das, was wir sehen, ist durch die Eskalation, ich habe darüber ein Video gemacht, ihr könnt das anschauen, acht oder zehn Schritte zur Eskalation im Ukraine-Krieg, ja, da waren ja auch sogenannte False-Flag-Operationen wie Nordstream-Sprengungen, die dann gleich die Medien Russland angedichtet haben. Warum sollte Russland das tun, ja? Die größten Interessen hat die USA in dieser ganzen Sache und Joe Biden hat ja auch damit gedroht, dass es kein Nordstream mehr geben wird, wenn Russland in der Ukraine einfällt. Hier habe ich das Zitat, ja, von Joe Biden, Nordstream wird beendet werden mit allen Mitteln, wenn Russland in die Ukraine einfällt. Und das ist ja nun geschehen. Also die westliche Welt, die NATO ist gefangen in der Eskalationsspirale und unsere Bundesregierung ist so irrsinnig und verrückt, dass sie das nicht durchschauen, dass das unserem Volk schadet, unserer Wirtschaft und Europa schadet, ja? Es gibt nur einen einzigen Weg, aus der Sache rauszukommen und das ist Friedensverhandlungen mit Russland. Interessant ist, dass Zelenskyy Friedensverhandlungen per Dekret verboten hat, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, mit Russland. Er hat sie verboten, bis Russland komplett aus der Ukraine raus ist und die Ukraine vollständig befreit ist, inklusive der vor sechs Jahren eingenommenen Krim-Gebiete. Nun muss man verstehen, dass geopolitisch für Russland der Zugang der Schwarzmeerflotte, ihrer Kriegsflotte zum Schwarzen Meer und damit die Ostukraine und die Krim absolut geopolitisch von höchster Bedeutung sind. Genauso wie das für die USA eben die ganze Region um Kuba ist und um die USA herum dort im Atlantik oder auch im Pazifik eben die vorherrschende Macht zu sein. Und Russland hat immer wieder gesagt, dass die Ukraine niemals in die NATO eintreten darf. Dann wurde die Regierung 2014 gestürzt, die pro-russisch war und ein Präsident da war, der sagte, wir wollen die Ukraine neutral haben. Und diese Regierung wurde gestürzt mit einem pro-amerikanischen Präsidenten ersetzt. Und Zelenskyy redet ja nur davon, in die NATO einzutreten. Jetzt müsste man sich mal fragen, wie die USA sich fühlen würde, wenn in Kanada, in Mexiko oder auch in Kuba Atomwaffen oder auch Stützpunkte der Russen aufgerichtet werden würden und die USA sozusagen umzingelt wäre von russischen Truppen. Das wäre absurd und undenkbar. Aber genau so, denke ich, muss man sich hineinversetzen, fühlt sich Russland. Ja, als 1989, 90 die Wiedervereinigung kam, unter der Ära Helmut Kohl und Gorbatschow, da hat Hans-Trittirich Genscher, unser Außenminister und alle Politiker haben gesagt, die Sowjetunion wird aufgelöst unter der Voraussetzung, dass die NATO kein Kilometer weiter nach Osten marschiert, dass die NATO nicht nach Osten erweitert wird. Das war der damalige Beschluss. Und ich sage euch, ihr Lieben, mir wird immer deutlicher, dass gesprochene Verbrechen auch eine Ungerechtigkeit und Sünde vor Gott sind. Ja, gebrochene Versprechen sind sehr ernst in der Bibel und das bringt eben auch Flüche mit sich. Darüber müsste man mal nachdenken. Damals hatte die NATO 14 Mitgliedstaaten, heute sind es 30. Und jetzt sind ja auch weitere Staaten, die dazukommen wollen, wie Finnland, Schweden. Und das bedroht natürlich Russland und bringt die Sache zur Eskalation. Also, John F. Kennedy hat mal gewarnt, das fand ich sehr interessant, ich bringe jetzt das Zitat, Es darf nie, niemals der Fall eintreten, dass eine Atommacht, die Russland ja ist, gezwungen wird, eine geopolitisch wichtige Stellung aufzugeben und dadurch gedemütigt zu werden, sodass die einzige Lösung nur noch in der Verteidigung mit einem nuklearen Schlag ist. Und ich denke, das sind bedenkenswerte Worte, dass man eine Atommacht niemals in die Enge treiben darf, dass sie geopolitisch wichtige Ziele aufgeben muss. Und genau darauf steuern wir zu. Genau da in dieser Situation ist Russland. Und das, was wir jetzt erleben, ist ein reiner Stellungskrieg hin und her. Ich habe gedacht, wie im Ersten Weltkrieg, wo es zehn Millionen Tote gab und die Front bewegte sich immer nur einige Kilometer hin und her und es starben Millionen Menschen in Schützengräben. Und das ist, was wir jetzt erleben. Russland hat immer wieder Friedensverhandlungen angeboten. Was wären die Friedensbedingungen Russlands? Die sind sehr einfach, dass die Krim und jetzt die Ostukraine mit vier besetzten Gebieten russisch bleibt. Viele sagen dann, ja Wahnsinn, man kann den Russen nicht vertrauen und das geht doch gar nicht. Aber die Frage ist, um Frieden zu schaffen, dass nicht noch Millionen weitere Ukrainer und auch Russen sterben, ist das eine Möglichkeit zu verhandeln. Und dass die Ukraine, das ist der zweite Friedensbedingung, die Russland stellt, niemals NATO-Mitglied wird. Und das ist eine Sache, die man verhandeln kann. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr wertvoll, wertvoller, als immer mehr Kampfpanzer, Jets, Flugabwehrsysteme und auch Schiffe zu liefern, Kriegsschiffe, wie das Zelensky und die Ukraine mittlerweile offen fordern. Früher hat die Friedensbewegung den Slogan gehabt, Frieden schaffen ohne Waffen. Erinnert ihr euch daran? Wo sind diese Stimmen heute? Die ganze Mainstream-Presse und unsere Regierung und die NATO reden einen ganz anderen Slogan. Sie sagen, wir müssen mehr Waffen liefern, unbegrenzt Waffen liefern, immer mehr Waffen für einen schnelleren Frieden. Also heute ist der Slogan nicht Frieden schaffen ohne Waffen. Heute ist der Slogan Frieden schaffen durch immer mehr Bewaffnung der Ukraine. Und da kann man natürlich, wie die Welt gesagt hat, wirklich sagen, die NATO der Westen ist gefangen in einer Eskalationsspirale. Wo soll das hinführen? Ich glaube, dass das Lüge und Verblendung ist, mittlerweile des Westens. Ich will euch mal eine Stelle von dem Thessalonicher Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Thessalonik über die Endzeit berichten, wo er schreibt in 2. Thessalonicher Kapitel 2, sehr interessant, bevor das Ende kommt, der Sohn des Verderbens, der seine Weltherrschaft aufrichtet. Das ist der Antichrist Satan. Und dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirksam ist, in denen, die Gott nicht ehren. Und dass der Gesetzlose offenbart wird, mehr und mehr. Und dass gemäß der Wirksamkeit Satans, hört euch das mal in den Versen 9 und 10, Und deshalb sendet Gott ihnen eine wirksame Kraft des Irrtums, Und ich habe in den letzten Tagen darüber nachgedacht, wo man immer mehr Horrormeldungen hört, wie der Kampf immer brutaler wird, immer nutzloser, immer sinnloser, immer mehr Waffen geliefert werden und die NATO immer mehr in den Krieg gezogen wird. Die FAZ hat auch selbst eine Titelzeile gehabt und einen Artikel, dass Selenskyj die NATO immer mehr in den Krieg gegen Russland zieht. Und hier kann eine Macht der Verblendung wirken. Weil Gott Gericht bringt über Korruption, über Bestechlichkeit, was wir auch sehen in der Geschichte der USA, in der Geschichte ungerechter Kriege, die geführt wurden von der NATO, ja, und auch eben von Dekadenz. Interessanterweise, noch ein Gedankenpunkt, nennt Russland diesen Angriffskrieg auf die Ukraine ein Zivilisationskrieg gegen die unchristlichen, liberalen Mächte des Westens. Und sie sagen, das ist ein Kampf für christliche, abendländische Werte gegen die liberale Auflösung aller Werte durch LGBT, Gender-Wahnsinn, Gender-Mainstreaming und dass eben hier die alte russische Zivilisation vor tausend Jahren bewahrt und geschützt werden muss vor Auflösung aller Werte. Nun, ich sage ganz, ganz deutlich, dass das keinerlei Rechtfertigung für den Angriffskrieg von Putin ist und für alle Kriegsverbrechen, die hier geschehen. Aber das sind die Begründungen, die übrigens auch Präsident Xi von China hat und auch Indien, dass sie einen Zivilisationskrieg führen gegen den dekadenten Westen. Und deswegen wird die BRICS-Allianz immer stärker, bestehend aus Brasilien, Indien, China, Südafrika, wo jetzt weitere afrikanische Länder und weitere auch Länder aus dem Nahen Osten BRICS beitreten wollen. Also es wird immer mehr ein eskalierender Krieg zwischen Ost und West. Und es gab Kreml-Sprecher, jetzt führende Sprecher, die das auf YouTube und in öffentlichen Reden gesagt haben, dass es gerechtfertigt wäre, den Dekadenten mehr und mehr im christlichen, liberalen, Werteverfall begriffenen Westen bis hin zu einem Atomschlag anzugreifen. Ihr habt richtig gehört. Also sie sagen es gerechtfertigt. Das ist natürlich absoluter Irrsinn auf der Seite Russlands. Es ist ein Irrsinn auf Ost- und Westseite. Und ich glaube, es ist eine unglaubliche Kraft des Irrtums, Lügen zu glauben, die hier wirken. Auf beiden Seiten. Lass mich nochmal sehen, was ich hier noch habe. Joe Biden, die USA, die NATO, auch jetzt England, Frankreich, andere Länder sind einfach dafür, immer mehr Waffen zu liefern in die Ukraine und werden damit zur Kriegspartei. Sehr oft wird gesagt, ja, es geht doch um die Demokratie in der Ukraine. Und ich glaube, das ist absolut absurd, wenn wir sehen, wie die Maidan-Revolution war, der Sturz der Regierung, auch mit der Hilfe der USA und wie Regierungen dort gestürzt wurden und wie die USA ihre Interessen mit Milliarden durch Hunter Biden und andere Affären in der Ukraine durchgesetzt hat. Auch die Medienverbote, die es in der Ukraine jetzt gibt, also dass alle alternativen Pressemedien und Stimmen von Zelensky verboten sind. Also da geht es nicht um Demokratie. Es geht auch nicht um biblische christliche Werte der NATO oder des Westens, sondern es geht um Geld und Macht. Was denkt ihr? Ich glaube, das sieht man sehr, sehr deutlich. Wie gefährlich ist die Situation 2023? Das ist, was man sich fragen kann. Klausewitz, ich habe den früher gelesen, Klausewitz war ein preußischer Militärexperte, durch den auch bis heute Militärs ausgebildet wurden, Generäle und Offiziere, auch in den USA. Und er sagte den Satz, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Also wenn man Neues schaffen will, dann kamen immer Kriege. Wir sahen das im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg. Es schrie nach Veränderungen. Es waren große Krisen und Zerwürfnisse. Und dann war immer wieder, wenn die Krisen zu groß waren und man Veränderungen wollte, dann kamen Kriege, große Kriege. Und ich denke, was wir sehen, ist eine Gewaltspirale, eine Eskalationsspirale von immer mehr Gewalt, immer mehr Hass, immer mehr Verschärfung der Fronten, immer mehr Waffen. Der Mangel nimmt zu. Ich habe jetzt in den USA auch Videos gehört, dass es immer mehr False-Flag-Operationen gibt, wo jetzt verlautbart wurde, dass eben Kornreservoirs in der Ukraine angegriffen werden. Und der Krimel hat es dementiert, dass sie das nicht tun, sondern dass die Ukraine das selbst macht. Und das sind Sachen, die sind in den internationalen Kanälen bekannt. Und man kann nur hoffen, weil das bekannt ist, dass die Ukraine das nicht tut. Und immer wieder wird ja auch gesagt, ja, das sind falsche Flaggen, False-Flag, da werden Gebäude angegriffen, werden Dinge angegriffen. Man hat gesagt, im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst und immer mehr regiert die Lüge. Und man weiß nicht, wo die Ukraine auch eigene Dinge angreift und Gebäude dem Erdboden gleich macht und dann sagt, schaut, wie brutal der Krieg von Russland gegen uns ist. Das Schlimme ist, man kann es nicht mehr durchschauen, man kann es nicht mehr wissen. Und der einzige Ausweg ist, Friedensbedingungen mit Russland auszuhandeln. Schreibt doch eure Kommentare, was ihr denkt. Glaubt ihr, dass immer mehr Waffen, immer mehr Gewalt, Frieden schaffen kann? Das ist doch absolut absurd. Die Bibel sagt, was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn wir Liebe und Frieden und Wohlwollen und Verständnis sehen, auch Verständnis mit Russland für ihre geopolitischen Interessen gegenüber einer die letzten 30 Jahre nur in Expansion begriffenen NATO. Ich sehe das mittlerweile wirklich ausgewogen. Ich glaube nicht, dass es eine schuldige Seite gibt, sondern dass es eine Teilschuld auf beiden Seiten gibt. Aber wenn beide Seiten nicht an den Tisch kommen, wie Jesus in Lukas 14 gesagt hat, und Friedensbedingungen verhandeln, dann wird es gemäß dem Gesetz von Saat und Ernte so weit eskalieren, dass irgendwann Russland sagt, wir haben kein anderes Mittel mehr, als zu sehr schweren Waffen zu greifen, um den Westen und die NATO zu schocken. Und das kann im Dritten Weltkrieg in einem Atomschlag münden. Der Gedanke, dass Russland besiegt werden soll, ist absolut Irrsinn. Von wem ist das gewollt? Ich kann mir vorstellen, dass es von Davos gewollt ist. Sie haben ja gerade getagt und auch dort ging es um die neue Weltordnung. Hier sehen wir ein Buch über die Saat von Klaus Schwab, die Young Global Leaders, die seit 30 Jahren trainiert werden. Da gehören fast alle Staatspräsidenten, auch Außenminister zu. Auch unsere geniale Annalena Baerbock, die auch immer mehr Waffen schicken will. Unsere alte Bundeskanzlerin, Macron, alles, was Rang und Namen hat, Trudeau von Kanada, sind durch das Young Global Leaders Programm gegangen. Und es geht um den großen Reset, den großen Umbruch. Wozu soll der große Umbruch sein, wenn es nicht um eine Transformation der globalen Ordnung ist? Ja, eine Welteinheitswährung, Welteinheitsregierung, ja, offene Grenzen. Das ist ja, wofür die Ukraine eintritt und wofür die NATO eintritt. William Engdahl, ein bekannter Journalist, schreibt hier, der Krieg in der Ukraine, ja, der Countdown zu einem geplanten Krieg. Und Amerikas Hardliner, lese ich hier auf der Rückseite, heizen den Ukraine-Krieg immer weiter an. Und das sind brandgefährliche Tendenzen. Wir können nur beten, dass Gottes Gnade und Gottes Kraft dieser Sache ein Ende schafft. Dass es zu einem Frieden kommt zwischen NATO und Russland und dass man einen Kompromiss schließt. Angela Merkel sagte einmal, Politik ist das Geschäft der Kompromisse. Aber diese Bereitschaft zu Kompromissen scheint gestorben zu sein. Ja, also ich bin dadurch schockiert und wir sind in einer sehr gefährlichen Situation, wie eben John F. Kennedy sagte, wo eine Atommacht wie Russland gedemütigt werden soll, in die Knie gezwungen werden soll und das Gesicht verliert, was so eine Atommacht einfach nicht zulassen wird. Ja, sind das Sturmwolken des Gerichts? Sind es Sturmwolken über einem dekadenten Westen, der die zehn Gebote Gottes mit Füßen tritt? Der sagt nicht mehr Mann und Frau, wie wir in 1. Mose Kapitel 2 lesen, sind Familie, um Kinder zu kriegen, Mann und Frau, sondern eben auch Mann mit Mann, Frau mit Frau. Ihr könnt in Römer Kapitel 1 lesen, wie Gott sie dahin gibt, die Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit ausüben, in einen verwirrten Sinn, Schande zu betreiben. Und dann sagt der Apostel Paulus, wegen dieser Dinge kommt das Gericht Gottes über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Lüge niederhalten. Also lasst uns beten, dass 2023 Gott mit seinen Engeln eingreift und dass dieses Gespenst, so nannte Karl Marx, den Kommunismus, dass dieses Gespenst des Dritten Weltkrieges wirklich abgewandt wird, dass ein Stopp ist in Jesu Namen und dass die USA und die NATO zur Besinnung kommen und an den Tisch der Friedensverhandlung mit Russland gehen und sagen, die Ukraine wird nie in die NATO eintreten und ihr könnt die Krim und die gewonnenen, annektierten Gebiete behalten, dafür aber Frieden mit in Europa. Viele sagen dann, ja, dann wird Russland, Polen angreifen und andere Länder angreifen und viele Militärexperten sagen, das ist gar nicht Russlands geopolitisches Ziel, Polen und die Baltiks und sie haben auch nicht mehr die militärische, konventionelle Kraft dazu. Ihr Ziel ist die Schwarzmeerflotte zu sichern und das ist etwas, womit man an den Verhandlungstisch treten kann und Frieden schaffen kann ohne Waffen, dass Millionen Menschen gerettet werden und nicht in einem sinnlosen Krieg umkommen müssen für Reiche und Mächtige, die eine neue Weltordnung aufrichten wollen, die nur den Milliardenkonzernen Big Tech, Big Pharma, Big Military Complex dienen kann. Ich habe jetzt übrigens auch gelesen, dass in Amerika so viel, ich glaube 15 Millionen mehr unter die Armutsgrenze gefallen sind und in den letzten zwei Jahren sind, ich weiß nicht, ich habe gelesen, 400 neue Milliardäre dazu gekommen und die Bürger haben 4 Billionen, in Amerika sagen wir 4 Trillionen US-Dollar Kapital gewonnen und genauso viel Kapital haben 400 neue Milliardäre gewonnen. Das heißt, das ist eine gigantische Umschichtung von Wohlstand, vom Mittelstand zu Milliardären, zu großen Companies, wovon ja 1000 in Davos sind, 1000 Mitgliedsfirmen haben 5 Milliarden und mehr Umsatz und das sind die Gewinner vom Ukraine-Krieg, von Chaos und auch von der Corona-Krise, die ja 2020 begonnen hatte. Okay, Gottes Segen, ich ende das Video jetzt, schreibt eure Kommentare dazu, wie ihr die Dinge seht und lasst uns für Gottes eingreifen und Erbarmen beten, dass die Gnadenzeit und die Friedenszeit verändert wird, damit wir Frieden haben, das Evangelium Jesu Christi allen Völkern und Nationen zu predigen in Frieden, bevor das Endgericht über die Nationen und Völker kommt. Gottes reichen Segen.